und damit herzlich willkommen zurück auf meinem kanal. heute gibt es mal ein video von der Gärde. ich habe auf der Gärde jetzt den Erich Bay. Werte hat meine Gärde jetzt 16.500 trefferpunkte. in der Art der Gärde hat sie 10,2 km reichweite. hier mal 1, 150 mm. Torpedos 65 knotenschnell, 8 km reichweite. 4,2 sekunden ruderstellzeit und eine tarnung von 5,6. und beim kapitän habe ich als inspiration Scherzke genommen. da würde ich mal sagen, geht es auch schon los. so. gucken wir mal was wir hier alles haben. nürnbergs, königberg, war da gut. machbar. mal sagen, wir fahren jetzt rüber zum ARCAP. da haben sie nämlich keinen Zerstörer. gehen die deutschen Schiffe eigentlich ganz gut. grad die Zerstörer mit dem Hydro. allerdings muss ich sagen, dass die eigentlich erst richtig Laune auf tier 5 machen. also sobald man halt das Hydro einfach bayert. t22 fand ich noch etwas schwach. ab der Gärde geht es dann schon anders los. gucken wir mal, da ist schon ein kreuzer. was ist das? ne königsberg. und ne könig hinterher. okay. der Zerstörer da ist auch schon im Cap. da müssen wir jetzt vorsichtig sein. ups, falsche taste. das war jetzt die falsche taste. nicht unbedingt nachmachen. aber Hydro lassen wir mal laufen. okay, hat sich erledigt. aber die Königsberg können wir jetzt AP nehmen, weil die schön breit fährt. da haben wir gerade die Tops zerschossen. auch nicht schlecht. jetzt geht es natürlich nicht mehr auf. wir suchen uns mal random. ungefähr die Position. jo, da haben wir es ja sogar. gegnerischer Kreuzer gesunken. so einfach ist das. kann man hier in Ruhe cappen. oder auch nicht. da kommt der nächste. fahren jetzt mal hier hinten entlang. kommt es hier rein, wie es ausschaut. natürlich bin ich erstmal plane spotted. gar nicht cool. jetzt schauen wir mal. gut ist, durch die smoke sind wir jetzt dev, das heißt wir können schießen. natürlich geht er wieder zu. aber den kriegen wir. auf AP wechseln. okay, ist down. jetzt müssen wir nur noch zu gehen. das dumme plane spottet uns halt schon wieder. jetzt ist es. ich hoffe das bleibt jetzt auch mal ein bisschen weg von mir. aber sieht nicht so aus. wird mich gleich wieder aufmachen. so. da. drüben haben sie irgendwie die komplette Seite stehen lassen. nicht so gut. und schon wieder sind wir plane spotted. wir werden jetzt mal aus dem cap abhauen hier. und richtung b gucken. da müsste noch ein kreuzer sein. ich bleibe jetzt mal erst auf AP. je nachdem wie der kreuzer gleich steht. weil die AP der deutsche ist eigentlich ziemlich stark. na der dreht halt volle lotte ein, oder? da wird wahrscheinlich kein Tor abtreffen. wie es ausschaut, der hat voll abgebremst. das ist natürlich sad. jetzt haben wir denn da jetzt Schlachtschiff, kreuzer. ein kreuzer vor der Linse. push. lassen wir den zerstörer durch hier. ich glaube die Nürnberg müsste sogar schon breit sein. äh. ganz breit angewinkelt, aber wir können es mal versuchen. so die brennt. holen wir uns erstmal den b cap zurück. oh, der zerstörer scheint über uns zu sein. natürlich geht der jetzt zu. aufpassen, weil der ist jetzt genau in der range von mir. vielleicht der macht uns gleich auf. vielleicht der macht uns gleich auf. ich werde da jetzt mal los. ich werde jetzt mal los. nicht nach trocken. ich werde jetzt einfach abschnappen. ich werde jetzt mal los. okay. ich werde jetzt mal los. ich werde jetzt mal los getauschen. ich werde jetzt mal los. nicht, wo der Zerstörer genau ist. Und die Last Position war auf jeden Fall über uns. So, die König wird wahrscheinlich sterben am Wassereinbruch. Nein, die wird natürlich wieder weggekneckt. Wo ist der Zerstörer? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Es gibt noch einen Schlachtschiff und Zerstörer und der muss ja hier irgendwo rumschimmeln. Ein bisschen weiter vorhalten. Also ihr seht hier, mit der Gäre kann man richtig gut arbeiten. Wir müssen jetzt natürlich gucken, weil die Türme schauen jetzt zu uns. Also müssen wir auch immer ein bisschen eindrehen. Das hat uns die Mexiko gleich lieb. Oh, da haben wir einen Dach. Eine Fubuki. Die was rückwärts fährt. Okay. Für Buki ist eigentlich auch gar nicht schlecht. Ist eigentlich verdammt stark. Allerdings ist bei ihres Problemen der Reload. Ich muss mal ein bisschen wigglen. Die trifft mich gerade so oft. Hast du nochmal getroffen? Dann fahren wir mal hoch zu der. Jetzt müssen wir nur aufpassen, weil die wird hundertprozentig runtertoppen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir am besten fahren. Da kommt schon der erste Werfer. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat es ja drei Werfer. Da kommt der zweite Werfer. Natürlich jetzt dämlich. Man setzt die Werfer nicht so. Und ich glaube auch nicht, dass da so einer ist, der wo abhaut. Wahrscheinlich wieder schön in seiner Reihe sitzt. Fahren wir da jetzt ran. Ich glaube aber nicht, dass das schon reicht, oder? Ach doch. Einmal da rein. Einmal mittig rein. Das Problem ist, Schlachtschiff verfolgen uns jetzt auch gleich. Wenn wir da aufgehen, dann gibt es eine Schelle vom Herrn. Ich hätte schon Bock, da jetzt draufzuschießen, aber ich kann es mir gerade nicht leisten. Also. Gut, hundertprozentig gleich nochmal toppen. Komm schon. Und ich verziehe. Und wieder. Jetzt aber. Geht doch. Ja, jetzt hat mich halt die Seekufe im Schlachtschiff erwischt, ne? Verdammt. Aber trotzdem 86k. Ich bin zufrieden. Ich habe meine Caps geholt. Ich denke mal, Arbeit als CD habe ich getan. Jo, habe ich. So Leute, das war die Gäde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr dürft gerne in die Kommentare was schreiben. Oder Daumen da lassen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.